Ich meine, für eine ganze Rüstung brauchen wir schon extrem lange. Aber wenn wir Glück haben, weil, ganz ehrlich, das hier halte ich jetzt für die beste Methode, mir Eisen zu farmen. Ähm. Jetzt gehe ich mal kurz hin, könnte mich hier einschließen und schau mal das Eisen, was ich habe, verbauen. So. Puh. Erstmal Dingsen hier. Okay. Gucken wir mal, ob wir hier noch was finden. 21 ist schon mal sehr nice. Das ist schon mal der Hauptteil der Rüstung plus ein Schwert. Das ist schon mal sehr sexy. Ähm. Und sobald wir genug Eisen haben, können wir uns eigentlich auf die Suche nach den anderen begeben, denn eine volle Eisenrüstung plus Schwert, da können wir schon mal was mit anfangen. Und das werde ich auch voll ausnutzen. Gucken wir mal, ob ich hier noch was finde. Aber ich sollte jetzt auch das nicht überspannen, hier die Spitzhacke. Denn, äh, da ich... Ach, das ist braune Wolle. Boah. Zum Kotzen. Äh. Scheiße. Oh, ein Schwert kann ich mir hier unten sogar noch nicht mal bauen, weil ich nämlich kein Holz mehr habe, Mama. Scheiße. Gut, dann benutze ich jetzt noch so lange die Holzspitzhacke hier. Vielleicht finde ich noch mehr Eisen. Weil mir die Welt anzugucken ist auch nice. Also muss... Will ich schon sagen. Ich weiß natürlich nicht. Ähm. Was für eine Tageszeit wir gerade haben. Ob jetzt gerade irgendwie Nacht ist oder ob jetzt Tag ist. Wenn nämlich nachts ist, dann können wir das nämlich schon total knicken, uns hier irgendwie durch die Gegend zu bewegen. Ähm. Bogen wäre natürlich auch nice gewesen. Essen haben wir Gott sei Dank auch noch. Und wie ihr seht, haben wir seitdem wieder... Seitdem wir das Steak gegessen haben, nichts mehr verloren. So, das ist schon mal die Brustplatte. So, zack. Peng. Damit sind wir auf jeden Fall schon mal einigermaßen geschützt. So. Okay, jetzt machen wir uns noch mit sieben Stück die Hose und ein Schwert. Das sind neun. Ah, okay. Mehr kriegen wir nicht hin. Wir kriegen die Hose hin und ein Schwert. Für alles Weitere fehlt uns dann leider das Eisen. Aber das warten wir jetzt noch ab. Shit, ey. Ich hätte mir mehr Holz besorgen sollen, ey. Die paar Krümels da. Mist. Ah. Das ärgert mich jetzt, dass ich jetzt wieder an die Oberfläche muss, um mir Holz zu besorgen. Na gut. Hauptsache, wir sind einigermaßen ausgerüstet. Die volle Rüstung ist unabdingbar. Denn die anderen werden sicherlich auch hingehen und schon mal gut farmen. Schon mal gut farmen, Mami. Mach mal schneller hier. So, ist brav. Jawohl. So, machen wir jetzt die Hose. So, zack. Und da ist unsere Rüstung schon mal halb voll. Das ist gut. Und. So, jetzt warten wir noch, bis das durch ist. Dann kann ich... Ähm... Wie viel hab ich denn jetzt noch? Eins hab ich noch hier. Und fünf krieg ich noch hier raus. Das sind sechs. Ich kann mir noch... Die Schuhe kann ich mir noch machen. Ich hab nur keinen Helm. Aber gut. Egal. Okay, jetzt kann ich mir die Schuhe noch machen. Okay. Gut. Das ist das Schwert. So, mach... Komm, mach den einen noch hier. Ich kann das Schwert hier eh nicht bauen. Also bauen wir das schon mal ab. So, das nehmen wir mit. Komm, mach hin. Jawohl. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Hier machen wir wieder auf. So. Oh, Peter muss wieder gehen. Mami. Ich hab komische Box. Müssen wir aufpassen, dass uns hier keine Spinne über den Weg läuft. Oder auch kein Feind. Boah, ich brauch eigentlich nur noch... Nur noch ein... bisschen Eisen. Eisen. Ich will nur nicht zu gierig sagen. Da vorne sind schon wieder viele Skelette. Oh, hier, 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 hier. Hier ist das restliche Eisen, was wir brauchen. Scheiße, eins fehlt uns noch, ne? Zwei für das Schwert und ich hab jetzt vier. Mir fehlen aber... Ich brauch fünf für den Helm. Nein! Aber ich hab keine Fackel mehr. Mami. Egal, nehmen wir die hier. Boah, shit, das erinnert mich jetzt voll, dass ich diese scheiß Fackel nicht habe. Boah, es ist so dunkel hier. Ach. Eineisen noch. Eineisen. Gib mir noch ein Eisen. Komm ich da hinten raus? Oh. Oh, hier geht's aber nicht weiter. Das ist schade. Mein Bildschirm blendet so. Ich seh kaum was. Komm, gib mir diesen... Diesen einen Eisen. Das ist eine Eisen, was ich noch brauche. Das ist meine Rüstung komplett. Fuck. Hier ist kein Eisen mehr, Mami. Pilspiet fiel aus zu großer Höhe. Ah, Pee, da ist der Lappen. Pee, da ist er als erstes. Läuft. Spinne. Pee, da ist raus. Pee, da ist der Lappen der Nation jetzt gerade. Ihn hat's eiskalt erwischt. Ich werde mir jetzt dieses Skelett da oben eben schnappen. Wobei, das ist natürlich die absolute Vorteilsposition. Creeper. Oh Gott, Mami. Ich muss hier weg. Das ist eine absolut beschissene Situation. Nein, 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 nein. Ein schwarzer Creeper, Mann. Was zum Fick, bitte. Ah, es ist noch nicht ganz Nacht. Oder es war schon Nacht. Creeper. Mami. Ich brauche jetzt erstmal Holz. Und dann kann ich nochmal in die Tiefe gehen. Ich brauche jetzt erst Holz. Ohne das geht gar nichts. Oh, da ist eine Spinne. Und da ist ein Haus. Geil. Das gucken wir uns jetzt mal sofort an. Die Spinne verfolgt mich nicht. Das ist gut. Alter, wie viele Blumen da sind. So. Dreimal aufs Holz geklopft. What? So, Holz habe ich jetzt genug. Ich muss nochmal was... Ne, jetzt noch nicht. Noch nichts snacken. Hier ist noch eine Höhle. Ah. Ich stelle mich jetzt mal eben hier hin. Und mache mir noch ein paar Fackeln. Ja, Mann. 32 Stück. Das ist nice. Dann mache ich mir noch ein paar Stäbchen für mein Schwert. Oh, da unten ist ein Zombie. Ne, da möchte ich aber nicht hingehen. Sorry, aber... Ich werde jetzt mal eben kurz hier mein restliches Eisen noch. Wobei, ne, das macht keinen Sinn. Ich habe noch nicht genug Dings da. Was ich machen kann, ist mir mein Eisenschwert machen. Ganz still und heimlich. So, alles klärchen. Gut, jetzt sind wir für den Combat wenigstens einigermaßen gerüstet. Nichtsdestotrotz fehlt mir noch ein fucking Eisen. Und das hätte ich jetzt gerne noch, bevor ich auch nur irgendwas mache. Ähm, ich sollte vielleicht mal noch den ein oder anderen Hasen hier killen und, ähm... Auch das ein oder andere Schäfchen. Aber da begebe ich mich jetzt nicht rein. Ich hole mir die beiden Schafe da hinten. Ohne Spinne, aber die greift mich ja tagsüber nicht an, ne? Du bleibst da schön stehen. Schön brav. Schön her mit dem Fleisch. Das ist wichtig. Na, du auch. Komm her. So ist brav. Ich frage mich, ob die anderen schon Eisenrüstung haben. Könnte ich mir aber gut vorstellen. Ich begebe mich jetzt noch mal in die Höhle, weil ich brauche das Eisen einfach. Da komme ich nicht dran vorbei. Hallo Spinni. Ich will mich schön in Ruhe lassen, ne? Wir sind die besten Freunde. Wir sind die besten Freunde. Was ist das eigentlich für ein komisches Erz? Jetzt mal im Ernst. Ich kenne das nicht. Da war der Creeper. Kleine Müsse. Schlampe. Hallo. Ist da einer hinter mir her? Ne, ne? Aber auch nicht der Creeper. Wow. Okay, der Creeper war hinter mir her. So, weg mit dir. Ich brauche jetzt noch Eisen. Verdammte Hacke. Und dann kann ich endlich hier weg. Was ist er denn da hinten für einer? Jo. Oh, 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 oh. Das ist aber... Oh, oh, oh. Oh, oh. Das ist aber ganz schön fieser Shit hier. Verzieh dich. Oh, 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 oh. Ähm. Das ist aber ein Skelett, oder? Hä? Da ist jemand unsichtbar. Aber das Skelett war unsichtbar. Ohne Spaß jetzt mal. Hä? Alter, was zum Fick? Ein unsichtbarer, was soll der Bullshit denn? Was soll der Bullshit denn? Wow. Pete Zink? Ach so. Wer muss... Ah ja, Peter macht ja die Dingens. Die Losers Lounge. Ey, ganz ehrlich, bin ich jetzt hier drin gefangen, weil mich dieses unsichtbare Skelett belagert, oder was? Okay. Jetzt mal ganz easy jetzt hier nochmal, ja? Ich brauche jetzt nur ein verficktes Eisenmann. Warte mal, der explodiert nicht einfach so. Du kannst mir nicht erzählen, dass der einfach so explodiert. Ist hier jemand? Da ist auf jeden Fall ein Creeper hochgegangen. Und das macht er nicht einfach so. Boah, ich will doch nur mein eines Eisen haben, Mann, Alter. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich will wieder hier raus. Aus dieser verfickten Höhle. Ich buddel mich jetzt nach oben durch. Scheiß drauf. Oh, oh. Na gut, ich habe eine volle Eisenruppe. Du kannst mir mal schön die Kerze schmatzen, mein Freund. Mann, finde ich denn jetzt hier dieses eine Eisen nicht, oder was? Für meinen verfickten Helm? Oder wollt ihr mich jetzt verarschen? Oh, oh. Oh, Enderman. Uncool. Den muss ich nicht angucken. Oh, oh. Da sind zwei. Da ist es. Das eine Eisen. Ja! Da ist noch mehr. So. Okay, jetzt muss ich nur einen Weg aus dieser vermallelten Höhle rausfinden. Aber erstmal noch kurz das Eisen machen. Puh! Okay. Inventar neu ordnen. Gut, eine Steinhacke haben wir. Ein Eisenschwert haben wir. Ich mache mir jetzt noch einen Helm und noch ein zweites Schwert. Weil ich weiß nicht, mit was ich hier noch konfrontiert werde.